Also, herzlich willkommen bei der Meetup von der Corporate Learning Community. Wir haben heute als Gast haben wir hier der André Brüggemann und die Fabienne Hieber. Also, André ist bei mir links und die Fabienne ist bei mir rechts. Ich kenne die zwei schon ziemlich lang. Also, besonders der André, die Fabienne habe ich jetzt in echt, wann war es denn, vor zwei, drei Monaten das erste Mal bei Bosch Connectory in Stuttgart kennengelernt. Da hat sie auch ihren Bosch Club zusammen mit dem André vorgestellt und das hat mich einfach begeistert. Und dann haben wir uns einfach connected und haben gesagt, das wäre doch pass auf für die Corporate Learning Community. Jetzt nochmal ganz kurz, was ist denn die Corporate Learning Community? Also, als Corporate Learning Community, wir sind in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, wir sind, versteht uns als eine Community, die gern die Zukunft des Lernens in Organisationen mitbestimmen möchte. Also, nicht mitbestimmen möchte in dem Sinne, ja, sagen wir euch, wo es lang geht. Nein, wir möchten das gern rausfinden, was ist in der Zukunft wichtig? Was ist in der Zukunft denn wichtig für Learning Professionals? Wie müssen sie sich vorbereiten? Welche Skills und Kompetenzen müssen sie in dieser Welt, in der WUCA, BANI-Welt, müssen sie sich aneignen? Genau, und da sind wir dann regional, sind wir organisiert. Es gibt Regionalgruppen, da könnt ihr einfach auf der kohlearn.de Seite, vielleicht kann es der Karl Heinz mal ins Chat reinposten, könnt ihr euch schauen. Da gibt es auch eine Übersicht über regionale Städte oder Bereiche, wo wir uns treffen. Aber wir haben natürlich auch so große Meetups wie Corporate, also wie diese Meetups, aber auch ganz große Veranstaltungen wie unsere Barcamps. Die machen wir jetzt oft auch hybrid und wir haben seit neuestem auch Praxiscamp, wo wir uns dann wirklich viel aufs Praktizieren, uns Experimentieren, uns einander auszusuchen, einfach, ja, spezialisiert haben. Und sonst sind wir ganz offen für viele neue Dinge und wir schauen nach links, wir schauen nach rechts und wir sind eine warmherzige Community. Bei uns darf man einfach was probieren, man darf hemzärmlich was versuchen, man darf mitarbeiten, Orga-Teams, also kommt auf uns zu. Es sind einige vom Kernteam mit dabei hier in der Mitte. Und jetzt darf ich euch den Start für eure interessante Bosch-Club-Vorstellung geben. Also legt los. Ja, vielen Dank, Olli, für die warmherzige Begrüßung und für die Einladung zu dem CRC-Meetup. André, teilst du die Folgen oder teilt ich? Wir haben uns jetzt irgendwie nicht drauf geeinigt vor. Ich teile schon. Okay, er teilt schon, wunderbar. Peer-Learning im Bosch-Club, lasst uns voneinander lernen. Und bevor wir das tun, bevor wir euch einen Einblick geben, wollen wir uns einmal kurz vorstellen, wer eigentlich jetzt hier gespotlighted ist, wer jetzt hier eigentlich heute spricht. Genau. Also, kurz zu mir. Ich bin Fabienne. Ich bin zusammen mit dem André Co-Lead für den Bosch-Club, für die Info, meine Lernplattform. Und daneben bin ich verantwortlich für das Change-Management für die Bosch-Learning-Strategie. Also bei Bosch wird das Thema Lernen strategisch angegangen als Teil der Unternehmensstrategie. Und dafür mache ich das Change-Management. Da ist ganz schön viel zu tun. Und daneben bin ich noch freiberuflich Coach für Persönlichkeitsentwicklung, berufliche Entwicklung und ab und zu auch mal, wie ihr hier in der Mitte seht, als Moderatorin unterwegs auf der Bühne. Und ich bin André, bin ebenfalls Co-Lead des Bosch-Clubs. Diverse Aufgaben bei Bosch schon gemacht, passt in keine richtige Schublade. Eigentlich bin ich Softwareentwickler und Ingenieur, bin allerdings seit jetzt fünf Jahren in der Personalabteilung, treibe mich da etwas rum, versuche, ich sag mal, menschenzentrierte Digitalisierung voranzutreiben, in jeglicher Ausprägung, versuche, so initiativ zu sein. Auch Moderator seit diversen Jahren für diverse verschiedene Events, auch nebenberuflich noch ein bisschen tätig als Moderator und vor allem als Tape Artist. Also wer was mit Tape mal machen möchte oder einen Workshop oder einen schönen bunten Stand oder sonst was oder ein buntes Büro, gerne bei TapeMate melden. Ansonsten aber voller Passion für das Thema informelles Lernen bei Bosch, beim Bosch-Club, dass wir das Wissen von Menschen an andere Menschen bringen. Aber genug zu uns. Hätte ich gesagt, gehen wir direkt mal weiter. Genau, wir zeigen euch kurz, was wollen wir eigentlich machen heute. Wir wollen euch einmal anhand von dem Beispiel Bosch-Club zeigen, was so aus unserer Sicht oder aufgrund von unseren Learnings die Erfolgsfaktoren sind für Peer-Learning-Unternehmen. Vielleicht habt ihr selbst auch eine Peer-Learning-Plattform aufgebaut, habt vor, das aufzubauen oder wollt einfach so mal Peer-Learning ausprobieren im Unternehmen. Und wir haben so versucht, mal so die wichtigsten Learnings zusammenzufassen für euch. Genauso sprechen wir auch über Chancen und Herausforderungen oder zumindest reißen wir die mal an, die aus unserer Sicht besonders relevant sind und geben auch noch so einen Ausblick, wo die Reise für den Bosch-Club und vielleicht grundsätzlich Peer-Learning-Unternehmen potenziell hingehen kann. Und haben auch vor, so ein bisschen, ein kleines bisschen auch Peer-Learning heute hier erlebbar zu machen. Aber wie ist eigentlich alles angefangen? Wird eigentlich alles angefangen? André, du erzählst es jetzt. Genau, ich erzähle euch mal die Geschichte des Bosch-Clubs. Und zwar hat alles angefangen 2021 mit den sogenannten Global Days of Learning bei Bosch. Das heißt, das war eine Initiative von allen Lernanbietern bei Bosch, aus allen Ländern, von allen Geschäftsbereichen etc., die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir möchten gerne zwei Wochen lang möglichst viele Sessions generieren, wo Wissen von Mitarbeitenden für Mitarbeitende teilgegeben wird. Das heißt, jeder darf eine Session dort einstellen. Und jeder darf an diesen Sessions teilnehmen. Sehr, sehr gebündelt auf zwei Wochen. Ging ein wenig durch die Decke, um mal in Zahlen was zu nennen. Es waren 500 Sessions innerhalb von zwei Wochen. Und ich glaube, reine Teilnehmer, irgendwas so zwischen 100.000 und 150.000 Leuten. Das heißt, alles intern bei Bosch, schon eine große Kiste und es war so ein bisschen ein Wow-Effekt, dass wir uns irgendwann gesagt haben, cool Idee, zwei Wochen leider für 500 Sessions, viel zu kurz. Warum denn das Ganze nicht neu denken? Und vielleicht einfach mal auf das ganze Jahr auszudehnen. Und wir geben dem ganzen Kind einen neuen Namen und nennen das Ganze einfach mal Bosch Club. So erstmal der Grund-Tenor. Und dann ein paar weitere Details von der Fabienne jetzt. Genau. Der Bosch Club hat so einen gewissen Club-Charakter. Erinnert vielleicht so ein bisschen an einen Club, an einen Nachtclub. Ursprünglich war dieses Symbol auch mal pink und rot, haben wir dann aber doch ein bisschen Bosch-konformer geändert. Aber trotzdem fühlt es sich für viele noch an, auch für uns manchmal wie ein Club, in dem man Menschen trifft, sich austauscht. Und genau darum geht es. Der Bosch Club ist ganz einfach gesagt ein zentraler Kalender für Peer Learning, also für den Wissensaustausch zwischen Mitarbeitenden. Und das ganz Besondere daran ist, dass alles 100% selbst organisiert ist. Das heißt, dass die Session-Hosts, also die Menschen, Kollegen und Kolleginnen bei Bosch, die eben gerne ihr Wissen teilen wollen, einfach selbst in einem zentralen Kalender ihre Sessions einstellen. Das heißt, ich möchte was teilen zum Thema, wie funktioniert Change Management in meinem Projekt oder welche Erfahrungen habe ich da gemacht. Schau, okay, wann habe ich Zeit und stelle da einfach in ein, zwei Wochen oder vielleicht auch erst in zwei Monaten einen Termin ein. Und so können alle sehen in diesem Kalender, dass ich das anbiete. Durch Filterfunktionen, durch Suchfunktionen findet man auch noch gezielter das, was einen interessiert und kann dann kostenlos im Rahmen der Arbeitszeit teilnehmen. Und wie gesagt, das Besondere ist eben, dass wir da keinen Organisationsaufwand im Hintergrund betreiben und auch kein Team da dahinter steht, das irgendwie alles einstellen muss und bewerben muss, sondern das sind im Endeffekt gerade nur wir beide, die eigentlich noch andere Jobs haben, die sich aber darum kümmern, dass eben die Plattform da ist, dass gewisse Richtlinien eingehalten werden. Aber es geht darum, dass Mitarbeitende selbst ihre Sessions da einstellen und selbstständig teilnehmen können. Grundsätzlich sind alle möglichen Formate erlaubt, solange es nicht formales Lernen ist. Also es geht um informelles Lernen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, also verschiedene Informationspräsentationen, was ich gerade gesagt habe, so Lessons Learned, Good Practices, Brainsnacks, Tool-Demos, also IT-Tools. Wenn ich mich besonders gut auskenne in einem IT-Tool, kann ich da auch einfach ein paar Hacks zeigen. Ask-me-anything-Sessions, zum Beispiel für Führungskräfte, die sagen, hey, ich nehme mir jetzt da eine halbe Stunde Zeit und Menschen können mich einfach alles fragen und ich teile da einfach meine Erfahrungen. Oder auch Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Doktorarbeiten. Das ist so wertvolles Wissen, was meistens nur in einem Team bleibt, wo eben die Person angestellt ist. Aber eigentlich ist das Wissen ja für alle relevant. Und deswegen ist es ein riesiges Potenzial, eben in ganzen Unternehmen weltweit, in allen möglichen Sprachen eben das Wissen, das generierte Wissen eben zu teilen. Zeitliche Limitierung. Ich gucke gerade mal in den Chat. Also ihr könnt gerne auch direkt Fragen in den Chat stellen. Und wir würden dann schauen, dass wir die an der gegebenen Stelle dann auch immer beantworten. Im Nachgang teilen wir auch gerne die Präsentation. Und zeitliche Limitierung, Anzahl der Teilnehmenden pro Teil oder pro Session ist 1.000 aktuell. Da ist die Limitierung einfach bezogen auf Microsoft Teams, weil es im Moment 1.000 zulässt. Ich sage mal so, wenn es 1.000, also wenn es 1.000 sind, dann ist das schon sehr, sehr gut. Das hatten wir bisher nie. Und ja, ich denke mal nicht, dass der Rahmen so schnell gesprengt wird. Und wenn, dann André sagt gerne, es ist eine gute Party. Da ist die Polizei gekommen. Jeder spricht danach darüber. Im Endeffekt spricht eigentlich nur für einen selbst, wenn 1.000 Menschen, über 1.000 Menschen versucht haben, zu dieser Party zu kommen. Genau. Vielleicht nochmal auf die Sessions. Also alles, nicht an Session-Typen ist auch erlaubt. Ihr seht die Formate hier unten im Blau. Also nicht nur Vorträge, wo die meisten dran denken, sondern wirklich von Best Practice, Brainsnacks, Tool-Demos. Bei uns sind die sogenannten Ninja-Sessions. Also bei uns hat sich irgendwie das Wort Ninja etabliert. Wenn man weiß, PowerPoint Ninja, dann weiß man, okay, jetzt wird PowerPoint sehr intensiv noch vorgestellt. Aber auch ganz rechts, sehr, sehr interessant, die Präsentation von Abschlussarbeiten. Das richtig hochaktuelle Wissen möchten wir gerne auch mit einem Baustab reinkriegen. Und dann haben wir natürlich immer eine schöne Frage, die bei jedem sehr häufig vorkommt, wenn wir erst den Baustab irgendwo pitchen. Und zwar sagt er dann, nicht noch eine Plattform. Wir haben noch nicht so viele Plattformen. Und das wird doch schon da und da geteilt. Und da wird es, stört aber auch nicht, wir lassen alles so, wie es ist. Wir sind nur eine zusätzliche Plattform. Das heißt, wir integrieren alles nur bei uns. Das kann alles die üblichen Marketingwege gehen, wie es vorher auch war. Das heißt, ihr könnt von vornherein an eurem Standort bewerben, in eurem Geschäftsbereich bewerben. Das kann alles so bleiben. Aber macht es auch zusätzlich gerne bei Bosch Club noch rein, dass auch andere Leute davon teilnehmen können. Hier zeige ich euch mal, wie gerade die Anzahl der Sessions hochgeht. Das heißt, wir reden vor links vom Start. Das war 2022 im Oktober. Und ich habe mal Today, also wir sind kurz vor Oktober. Das heißt, ich habe mal ein bisschen schon in die Zukunft geschaut, was wir Ende Oktober haben werden. Also roundabout ein Jahr nach Beginn des Bosch Club werden wir 1600 Sessions haben. Beziehungsweise 1600 Sessions werden stattgefunden haben. Und hier sind natürlich ganz kryptische Abkürzungen. Das ist alles typische Abkürzungen. Ihr seht vor allem vielleicht DOL. Das ist Days of Learning. Das heißt, an verschiedenen Standorten, in verschiedenen Geschäftsbereichen. Die finden dort auch hauptsächlich statt. Und dort wird auch das Marketing massiv gemacht. Aber die sagen auch, unser Wissen ist offen bei Bosch. Also das kann jeder Boschler weltweit bekommen, dieses Wissen. Also 90 Prozent werden vom Standort sein oder von dem Geschäftsbereich sein. Aber die letzten 10 Prozent kommen vielleicht irgendwo aus der Welt. Und die können das Wissen wieder weitertragen in ihr Land, in ihrem Bereich. Ihr seht ein buntes Potpourri an Formaten. Und das nur die großen Formate. Selbstverständlich ist es weiterhin erlaubt, einzelne Sessions einzutragen. Also ich beispielsweise mache eher Einzelsessions, was ich über den Bosch klappe, über PowerPoint, über Microsoft Teams. Mehr so Hacks-Schulungen, wo ich sage, ich zeige euch mal die versteckten Features. Und deswegen Einzelsessions genauso erlaubt. Und natürlich letzter Punkt, alle können teilnehmen. Auch wenn sie nicht zum Standort oder zum Bereich gehören. Das ist eben einer der Erfolgsfaktoren schlechthin, dass eben wir wirklich das integrieren, was schon, oder von Anfang an das integriert haben, was schon da war. Das heißt, um auf Gabrieles Frage zurückzukommen. Wir haben ja, wir haben definitiv schon ein gewisses Fundament einer Lernkultur, wo eben geteilt wird, wo eben verschiedene Standorte und Bereiche auch schon solche informellen Angebote bereitgestellt haben. Aber meistens eben organisiert von verschiedenen Bereichen, von Verantwortlichen, meistens im Personalentwicklungsbereich. Und jetzt haben wir eben eine Neuerung, wir bündeln quasi alles und schaffen damit mehr Sichtbarkeit für die bestehenden Dinge, aber eben auch geben einzelnen Personen die Möglichkeit, ja, eben auch selbst ihr Wissen zu teilen, unabhängig von einer Person, die das eben zentral steuert. Das heißt, ich kann eben selbst, selbstverantwortlich, autonom eben mein Wissen teilen und eben auch lernen und bin eben nicht davon abhängig von einer Vorauswahl, die eben irgendjemand getroffen hat. Und ein weiterer Erfolgsfaktor ist definitiv, dass wir das Ganze nicht nur als Graswurzelinitiative aufgebaut haben, zusammen mit Multiplikatoren und Multiplikatorinnen im Unternehmen, die eben schon ein breites Netzwerk hatten und auch Lust hatten, uns zu unterstützen, sondern dass wir das auch strategisch verankert haben. Das bedeutet, dass eben Bosch Club mit informellem Lernen die eine Plattform ist für informelles Lernen. Das heißt, es gab eben auch verschiedene Mitarbeiterbriefe vom Top-Management. Wir haben die als Sponsorinnen gewonnen, da haben gleich im Nachgang nochmal mehr dazu. Und wichtig ist eben, dass es ein Grundpfeiler ist in der gesamten Lernstrategie. Und das gehört eben, also wir sagen ganz klar, okay, Teil der Lernstrategie oder der Unternehmensstrategie ist eben, dass wir informelles Lernen fördern im Unternehmen und damit eben auch Vertrauung und Automie den Mitarbeitenden geben. Weil hier kann man natürlich nicht mehr, also Trainingsmaßnahmen verteilen und sagen, hey, du musst jetzt an diesem und jedem Training teilnehmen und damit wird das gemessen, getrackt, sondern hier kann eben jeder selbst entscheiden. Und hier hat man eben nicht mehr die volle Kontrolle und Übersicht, wer eigentlich an was teilgenommen hat und wer welche Kompetenz sich da angeeignet hat. Und ja, es sind aktuell nur interne Sessions. Es gibt teilweise externe, also es sind für intern, also nur Bosch-Mitarbeitende aus dem Bosch-Netzwerk können zugreifen. Aber es können auch externe Referenten und Referentinnen auch, also Sessions teilen, sofern es Business-Bezug hat und sofern es keine Sales-Veranstaltung ist. Wichtig ist aber, dass die organisierende Person eben von Bosch ist und eben ein Bosch-Account hat. Und von den Themen, die eben angeboten werden, haben wir übergreifende Themen immer mit Business-Bezug. Es kann ja auch Inputs zu bestimmten Produkten sein. Wichtig ist eben, dass es keine Verkaufsveranstaltung wird, also dass nicht jetzt jemand versucht, irgendwie seine Bosch-Rasenmäher dazu, also eine Abteilung versucht, die Bosch-Rasenmäher an Bosch-Mitarbeitende zu verkaufen. Das ist eben ganz klar nicht im Scope und das haben wir auch so mit dem Betriebsrat abgestimmt, dass es wirklich um informelles Lernen und Wissensaustausch geht. Und im Vergleich zu Lex, die zentrale Unterscheidung, würde ich sagen, ist, dass bei Lex wird nicht im Kalender selbst organisiert eingestellt. Bei Lex sind es Koordinatoren, also Shaquille insbesondere mit seinem Kernteam, stellen eben selber die Sessions ein und kuratieren die. Wir machen das nicht. Wir geben Rahmenbedingungen und geben quasi diese Verantwortung und die Autonomie, also ja, dieses Vertrauen auch an Mitarbeitende, dass sie eben wissen, was ist im Rahmen, was ist Business-Bezug und was ist auch, also Information, die ich auch teilen kann mit anderen. Und da geben wir eben Guides, Richtlinien, die eben dabei helfen, da eine Auswahl zu treffen. Wir machen Stichproben, es gibt auch ein Reporting-Button, also falls jemand verstößt, kann man sich einfach melden, aber wir geben da eben, das ist die zentrale Unterscheidung, wir geben da eben das Vertrauen vom, also von dem Top-Management eben ganz bewusst, dass eben Mitarbeitende das selbst machen können. Dann zum Thema Marketing-Kommunikation ist die größte Challenge, also würde ich doch sagen, das ist der Hauptteil unserer Arbeit, den Bosch-Stab bekannter zu machen. Also bei Bosch gibt es 420.000 Mitarbeitende und wir erreichen natürlich einfach nicht alle. Also auch wenn theoretisch bei uns alle Fügungskräfte schon eine E-Mail bekommen haben, damals beim Start gibt es immer noch ganz viele Fügungskräfte, die meinen, sie hätten noch nie was vom Bosch-Stab gehört. Ja, so ist es leider. Deswegen, das ist unsere Hauptchallenge, da dran zu bleiben und weiter in die Werbetrommel zu rühren. Und wir versuchen es natürlich schon auf diversen Wegen. Wir sind, glaube ich, da schon sehr disruptiv unterwegs, also angefangen beim Logo oder es ist offiziell ein Visual. Ist schon sehr anders, dadurch fallen wir einfach auf, weil typisch Bosch ist, heller Hintergrund, dunkle Farbe und wir sind halt auf schwarz, leuchtet. Und das Beste, das hatten wir nie geplant. Wir haben mit einem Co-Laborator-Netzwerk zusammengearbeitet. Wir haben einfach Leute gefragt, könnt ihr uns helfen? Wir sind nur zu zweit und schaffen das nicht. Haben so eine Collaboration-Gruppe, ich glaube 2000 Leute drin, aufgerufen, wer hat Lust, uns zu helfen. Es haben sich in zwei Wochen 50 Leute gemeldet. Da sind dann etwa zehn Leute ins Kernteam reingekommen. Und da war einer, der montags morgens kam, ich hatte Langeweile am Wochenende, ich habe da mal was gebastelt, habe die Bock drauf. Und so entstand dieses Visual und da waren es noch, wie Fabian gesagt hat, rosa und pink. Deswegen, das ist jetzt grün geworden, aber wir haben eine offizielle Freigabe. Es ist offiziell von der zentralen Kommunikation freigegeben. Das dürfen wir nach außen zeigen. Und dementsprechend auch haben wir Newsletter, was wir ganz mit einfachsten Mitteln etablieren, mit Microsoft Forms, wo wir Leute sich einfach anmelden können und wir senden dann alle paar Monate mal Newsletter raus. Da sind wir, glaube ich, gerade bei, ich glaube, 3.000 bis 4.000 Abonnenten. Also auch schon eine kritische Masse und wenn die das weiter treiben, okay. Zweiter Punkt natürlich, Sponsoren aus dem Top-Management. Damit haben wir angefangen. Wir hatten damals CDO und unsere Personaldirektorin als quasi Azubpferde, was sehr, sehr hilfreich war, weil wir dadurch schon in entsprechende, ich sage mal, Foliensätze reingekommen sind. Das war schon hilfreich. Allerdings natürlich immer noch viel zu holen. Und rechts, wir versuchen natürlich auf sowohl intern als auch externen Events das Thema Botschaub zu verbreiten. Also auch über externen Events, dass vielleicht irgendwelche Botschaub da wieder was von mitbekommen. Das Foto, was ihr hier seht, ist beispielsweise das interne Executive Meeting. Das findet einmal im Jahr statt. Das war in der Messe Stuttgart. Wir versuchen halt aufzufallen um jeden Preis. Also wir waren mit Abständen auf. Um Tischtennis zu spielen während der Arbeitszeit. Genau, das war natürlich auch. Deswegen, wir versuchen aufzufallen, einfach ein bisschen zu triggern. Und natürlich auf Social Media, wir posten auch, wenn wir irgendwo was zeigen, auch gerne auf LinkedIn etc. Um vielleicht irgendeinen Bausteller damit zu erreichen. Plus natürlich auch, um das Konzept in andere Unternehmen reinzutreiben. Um Leute zu motivieren, das auch genauso zu machen. Und besser, ja, stößt auf guten Anklang. Das ist ja so ein bisschen umstritten, ob man bei LinkedIn auch posten sollte, was eben interne Kommunikation angeht. Wir machen das so, also nicht ständig, aber es ist schon ein Erfolgsfaktor auch gewesen, ehrlich gesagt. Weil wir haben zwar auch ein internes Facebook, kann man sagen, ist aber tatsächlich, also von der Usability her, nicht so toll. Ich persönlich nutze das gar nicht mehr, weil für mich ist das reine Zeitverschwendung. Also ich nutze tatsächlich LinkedIn, um auch mich mit Bosch-Kollegen und Kolleginnen zu vernetzen und auszutauschen. Und deswegen posten wir sehr gerne auch das, was wir eben tun, unsere Arbeit. Versuchen das eben dann schon einzuordnen generell, was es eben bedeutet, auch für andere Unternehmen, wie andere profitieren können. Und teilen natürlich jetzt keine internen Links jetzt bei LinkedIn. Und das machen mittlerweile auch sehr viele. Das ist sehr umstritten. Würde mich auch interessieren, falls jemand da im Chat was teilen möchte, wie ihr das handhabt. Nur so als Nebenthema. Und was ich noch sagen wollte, um auf Kates Frage zurückzukommen. Man muss die Teilnahme und auch die Teilgabe, also das Hosten von Sessions, nicht von der Führungskraft freigeben lassen. Und uns hat eben dieses Thema Vertrauen, also Vertrauen zu geben, das hat uns, das hat diese Akzeptanz im Unternehmen bei Führungskräften, da hat es sehr geholfen, dass wir zwei Geschäftsführerinnen als Sponsorinnen hatten. Zum einen damals noch Phyllis Albrecht, die Geschäftsführerin, die Arbeitsdirektorin, also die Geschäftsführerin, die für HR unter anderem verantwortlich war. Und Tanja Rückert, die CDO, die jetzt auch in die Geschäftsführung, also in das Board of Management gekommen ist. Und es war ganz bewusst, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur aus dem HR, also aus dem Personalbereich eine Sponsorin haben, sondern auch aus dem Businessbereich, also aus dem Digitalgeschäftsbereich. Weil wir wollen eben nicht nur sagen, okay, wir machen was jetzt für Mitarbeitende im Sinne von Weiterentwicklung, sondern es geht auch darum, dass wir insbesondere die digitalen Kompetenzen, die eben jetzt hochrelevant sind für das Geschäft, dass wir die eben auch besonders stärken. Und deswegen, dieses Doppelpaket hat uns dabei extrem geholfen, um auch im Businessbezug die Führungskräfte abzuholen und da auch Ernsthaftigkeit mit reinzubringen. Also es ist übertrieben gesagt, nicht nochmal so eine Personalentwicklungsgeschichte, irgendeine Initiative, nice to have, sondern es ist wirklich auch strategisch relevant im Businessbezug. Und wir hatten da verschiedene Maßnahmen, unter anderem so einen Mitarbeiterbrief, der eben von der Arbeitsdirektorin dann an alle Führungskräfte mit Führungsverantwortung, also mit disziplinarischer Verantwortung eben auch gegangen ist. Also die haben alle einen Brief bekommen und gesagt, ermöglicht eure Mitarbeitenden im Bosch Club zu lernen, das ist wichtig. Und das hat eben, natürlich ist es keine Garantie dafür, aber das hat eben extrem dabei geholfen, dass nicht nur die Reichweite erhöht wird, sondern dass auch die Akzeptanz von Führungskräften und damit die Lernkultur überhaupt entstehen kann, ja, dass eben Menschen da lernen und eben teilgeben. Eine Frage noch, hier, es kommen viele Fragen, ich will einen Überblick behalten. Glaubt ihr, dass ihr an der gleichen Stelle stehen würdet, wenn ihr die zwei Wochen Learning Week nicht gehabt hättet? André, was denkst du? Nicht an der gleichen Stelle. Wir würden an ähnlicher Stelle stehen, aber ich glaube, wir würden nicht so viele Sessions zusammenkriegen, weil dadurch glaube ich einfach, für uns war es natürlich auch erstmal eine Bestätigung, das wird funktionieren. Also sonst hätten wir echt mal auf blauem Dunst so etwas anveranstalten müssen und hätten gar nicht gewusst, ob die Bereitschaft da ist. Und dadurch hatten wir zumindest schon mal einen Haken dran, ist die Bereitschaft im Unternehmen vorhanden. Und das ist halt definitiv dadurch gegeben. Das war, also, wir hätten wahrscheinlich weniger Sessions jetzt, aber ich glaube, wir wären auf einem ähnlichen Weg. Ich denke auch. So, jetzt sind noch ein paar Fragen, aber ich würde jetzt tatsächlich mal euch in eine kleine Gruppenaufgabe schicken. Ich würde nämlich gerne mal was Interaktives machen, oder wir, besser gesagt. Und zwar, lasst uns voneinander lernen. Wir wollen jetzt mal Peer Learning erlebbar machen. Und zwar beamen wir euch gleich in Breakout-Rooms, zu dritt oder zu viert. Mal schauen, was dabei rauskommt. Und dann überlegt euch mal erstmal jeder für sich, für zwei Minuten, was weiß ich, das auch für andere interessant sein könnte. Und also, overthink das Ganze nicht. Also, es kann auch wirklich was Kleines sein, irgendeinen kleinen Hack. André, hast du ein Beispiel? Ich hatte gestern, habe ich, genau, habe ich gestern noch gerade vor Ben gesagt, ich wusste nicht, dass es neben Steuerung C, Steuerung V, Steuerung X, auch Steuerung D gibt für Duplizieren. Also, wenn man irgendwann bei PowerPoint mal was duplizieren möchte oder in irgendeinem anderen Programm von der Office-Region, Steuerung D dupliziert einfach das Objekt. Wusste ich nicht, aber das wäre so ein Mini-Hack zum Beispiel. Ich wusste auch nicht. Also, scheint irgendwie nicht ganz so bekannt zu sein. Oder, es muss jetzt auch nichts sein, was man im Arbeitskontext anwendet, zum Beispiel Pflanzenfreunde und Freundinnen unter euch. Ich bin ein großer Fan von Indoor-Pflanzen, also Pflanzen hier in Räumen. Und ich habe öfter mal so kleine schwarze Mücken, die heißen Trauermücken. Und mit keinem Pflanzenschutzmittel gehen die weg. Und da gibt es ein Hack, das heißt Neemöl. Das kommt eigentlich aus der Kosmetikbranche, glaube ich. Also, wird in der Kosmetikbranche ursprünglich verwendet. Und wenn man ein bisschen Neemöl, ein paar Tropfen ins Gießwasser macht, dann können die Eier von diesen Mücken nicht mehr schlüpfen und man hat die für immer los. Also, Neemöl, N-E-E-M, könnt ihr euch bestellen. Und falls ihr diese Trauermücken habt und loswerden wollt, habt ihr die dann hoffentlich nach zweimal gießen los. Als ein Beispiel. Aber jetzt gibt es Infos von uns. Deswegen überlege ich für euch selber, ich würde den Karl 1 bitten, schon mal im Hintergrund die Breakout-Rooms vielleicht zu erstellen. Macht er bestimmt gerade schon. Boah, Olli, weiß nicht, wer es macht. Da war ich jetzt gar nicht drauf eingestellt. Und ich habe nicht die Frage auf den Moment. Alle sind ja gerade eh noch am Denken, das heißt, du hast noch Zeit. Solange müssen die noch nicht plaudern. Aber überlegt euch mal, was ihr gleich vielleicht in zwei Minuten den Breakout-Rooms-Teilnehmenden noch erzählen könntet. Was ihr da für Mikro-Lehrings mitgeben könntet. Genau, im Breakout, jede Person sollte einmal kurz einen Mini-Hack teilen und sich auch kurz gegenseitig natürlich vorstellen, wer man ist. Und dann beamen wir euch wieder zurück. Meier, bist du automatisch zurückgekommen oder aktiv? Selber gemacht. Ah, jetzt kommt er. Automatisch. Das war der harte Cut. War doch zehn Sekunden raus. Das war ein harte Cut. Ja, schön. Schön, dass ihr... Cut und alle haben das Mikro wieder offen. Genau, also dürft ihr euch alle wieder entmuten, falls ihr... Muten, sorry, falls ihr entmutet seid. Aber schön, euch mal alle zu sehen hier mit Kamera. Das ist ja toll. Dann würde ich sagen, teilen wir wieder. Ja, bin schon dabei. Und wir müssen uns auch wieder neue Spotlighten. Mache ich auch wieder. Ja, mich interessiert kurz in den Chat, schreibt mal kurz in den Chat, was habt ihr gelernt? So ein Impuls, den ihr gelernt habt, reicht schon aus. Einfach mal kurz hier im Chat teilen. Finde ich total spannend, das zu sehen. Genau. So, dann hebt Kerstin die Hand. Hat das einen bestimmten Grund, warum du die Hand hebst? Nein. Okay, Hand ist wieder unten. Nein, genau. Alles klar, kein Problem. So, dann gucke ich mal ganz kurz in den Chat, bevor wir weitermachen. Nicht mehr so viel Zeit. Entspannungstricks für lange Bildschirmtage. Schreibt Gabriele, Einschlaftechniken. Ja, das war in meiner Gruppe, wäre total spannend. Zunge rausschrecken hilft beim Nacken entspannen. Okay, das dürfen wir alle im Nachgang mal ausprobieren. Wunderbar. Okay, dann Windows plus V. Was macht Windows plus V? Fährt das mal in den Rechner runter, wenn ich das jetzt ausprobiere? Das ist alt F4. Ja, stimmt. Windows Punkt V ermöglicht halt auch die letzten kopierten Sachen halt nochmal auszuwählen. Also nicht nur die letzten, sondern quasi die Auswahl der vorherigen. Eine verlängerte Zwischenablage. Genau, richtig. Spannend. Super. Schon wieder was gelernt. Vielen Dank. Gut, dann erzählen wir euch noch so ein bisschen was über Chancen und Herausforderungen, die wir mit dem Bosch Club alle schon so erlebt haben. Und wir beginnen mit den Herausforderungen. Ich bin gerade ein bisschen ungetauscht. André, wir fangen mal rechts an. Genau, wir fangen mal rechts an. Ich hatte eigentlich die Animation ungetauscht, aber das macht nichts. Also, ihr könnt es natürlich jetzt auch schon lesen, aber wir erzählen so ein bisschen, wir blauen so ein bisschen aus dem Nähkästchen, würde ich sagen, André. Ja. Also, eine der großen Herausforderungen, die ich sehe, ist das Thema Zeit. Wir sagen zwar, okay, ihr dürft im Rahmen der Arbeitszeit als Bosch Mitarbeitende lernen, aber wie ihr euch denken könnt, ist das natürlich bei manchen viel einfacher als bei anderen. Menschen, die in Taskforces arbeiten zum Beispiel, haben quasi gar keine Zeit, irgendwas nebenher zu machen. Die sind froh, wenn sie ihr Familienleben noch unter Kontrolle bekommen. Und ja, auch Menschen, die an Schichtbetrieb gebunden sind. Wir hatten hier auch eine Frage vorhin im Chat zum Thema Nachtarbeit, Schichtarbeit. Wie bekommen die das denn organisiert? Und da, klar, da können wir natürlich nicht pauschal Antworten geben. Aber wir wollen da natürlich unterschiedliche Möglichkeiten auch bieten. Also, zum Beispiel, als kurzen Einblick, gibt es solche Lerntage an Standorten. Die haben dann ein, zwei Tage im Jahr die Möglichkeit, an Lernangeboten teilzunehmen. Und da könnte man eben zum Beispiel auch Bosch Club Sessions ganz gezielt auch organisieren. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder wir haben das Thema Zeit auch. Also, wenn Menschen sagen, naja, meine Führungskraft lässt mich aber nicht. Ich darf nicht. Dann kann man sich, haben wir immer noch so ein kleines Schlupfloch. Und wir können sagen, wir haben die Konzernbetriebsvereinbarung an vielen der deutschen Standorten zumindest. Die heißt Digitale Qualifizierung. Wonach Mitarbeitende bis zu drei Tage im Jahr für digitale Qualifizierung nutzen dürfen. Das heißt, sie dürfen pauschal an drei, insgesamt drei Arbeitstagen, Bosch Club Sessions teilnehmen. Natürlich ist es immer in Abstimmung mit der Führungskraft und in der Praxis nicht so einfach. Aber gewisse Rahmenbedingungen haben wir da schon geschaffen. Genau, nächster Punkt ist Thema Qualitätssicherung. Gerne eine Frage, wenn wir pitchen. Ja, aber wie stellt ihr denn die Qualität sicher? Wo wir dann ja sehr hart kontern, wird Vertrauen erstmal in jeden Mitarbeitenden, dass er oder sie etwas Gutes für das Unternehmen tun möchte. Das heißt, niemand möchte bewusst eine schlechte Session anbieten. Das heißt eher so im Sinne von im Rahmen der Möglichkeiten. Also auch manche Leute haben vielleicht zum ersten Mal eine Session gegeben. Die müssen vielleicht daran wachsen. Also die werden sich auch dann entwickeln. Aber wir wollen nicht eine Barriere einbauen. Weil wenn wir eine Barriere einbauen und wir würden dann doch wieder über Genehmigungsprozesse arbeiten, dann würden viel, viel weniger Menschen eine Session anbieten. Und so gehen wir über die Devise, niemand zwingt dich in so einer Session teilzunehmen. Wenn du nach einer Minute merkst, die Person hat gar keine Kompetenzen, diese Session zu machen, dann geh wieder raus. Niemand zwingt dich in dieser Session zu bleiben. Niemand zwingt dich überhaupt daran teilzunehmen. Es ist alles freiwillig. Und die Person lernt daran, wie man vielleicht Session präsentiert, wie man es besser machen kann. Gibt dieser Person vielleicht Feedback. Aber wir vertrauen einfach erstmal das Gute im Menschen. Und da habe ich lieber 99% gute Sessions und vielleicht 1% schlechte Sessions. Nehme ich in Kauf. Auf diese 1% gerne, gerne. Dafür habe ich 99% gute. Sonst hätte ich wahrscheinlich in Summe nur einen Bruchteil von diesen Sessions überhaupt. Weil die Leute sagen, eine Freigabe-Ebene, das ist mir zu kompliziert. Jetzt lasse ich. Eine weitere Herausforderung ist das Thema Wissensmanagement. Viele fragen uns, naja, könnt ihr auch die Sessions aufzeichnen? Und speichert ihr die? Und managt ihr das? Und kuratiert ihr das? Und wir wollen das natürlich alles machen. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, das ist alles gar nicht so einfach. Im Moment ist es so, dass wir gar nicht, also wir dürfen gar nicht standardisiert alle Sessions aufzeichnen. Wir sind ja selber auch gar nicht dabei. Ihr habt gelernt, alle Session-Hosts sind eben selber verantwortlich für ihre Session. Das heißt, sie sind eben auch für das Recording, also für die Aufzeichnung der Session verantwortlich. Wir geben da auch Hilfestellungen, wie man sowas recorden kann. Wir haben ein Bosch-eigenes YouTube, also eine Videoplattform. Da kann man das auch hochladen und auch entsprechend vertaggen. Aber wir haben da jetzt noch kein übergreifendes, einheitliches Konzept, um eben alles auch nicht nur in dem Moment des Stattfindens, so wie jetzt, auch verfügbar zu machen, sondern auch wie jetzt auch hier im Nachgang. Also recorden und dann im Nachgang zur Verfügung zu stellen. Wir haben da jetzt keine Community-Plattform, wo wir alles zur Verfügung stellen. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Genau. Bekanntheit im Konzern, habe ich eben bereits beschrieben, ist schwierig, alle Personen zu erreichen. Und noch der fünfte Punkt, genau in der Mitte, technische Herausforderung, Zugang für alle. Gerade für Produktion, Shopfloor. Wir sind gerade dabei, im ersten Werk über private Endgeräte das im November live gehen zu lassen. Das ist gerade ein Pilotprojekt über vorhandene Tools mit Microsoft Forms, Microsoft Teams, Webinar Registration. Auch für Themen, die keiner Geheimhaltung unterliegen, das aber auch quasi den Personen aus der Produktion und Logistik zugänglich zu machen. Wird wahrscheinlich für uns auch eine steile Lernkurve, wird sich im November zeigen, wie das läuft. Das ist quasi unser großes Projekt für die nächsten Monate. Aber dann gehen wir mal zu der positiven Seite. Was das für Chancen sind? Genau. Das meiste könnt ihr euch ja schon denken, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, wir haben das schon rübergebracht. Man kann ganz schnell und effektiv auch Wissen vermitteln. Bei Bosch ist es so, es ist einfach eine Ergänzung zu formalen Lernangeboten. Es soll natürlich nicht formelles Lernen ablösen. Macht auch aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen trotzdem noch Qualifizierungsmaßnahmen im Unternehmen. Aber es ist eben eine ganz wundervolle Ergänzung, um eben schnell an neues Wissen zu kommen. Es reicht eben nicht, irgendwie nur einmal im Jahr eine Schulung zu machen. Ich glaube, das wissen wir hier alle in diesem Raum. Einmal im Jahr irgendwie in ein Seminarhotel zu gehen und drei Tage sich Druck betanken zu lassen. Das machen wir hier, glaube ich, alle nicht mehr. Aber im Unternehmen ist es natürlich noch nicht überall angekommen, vor allem nicht weltweit. Und deswegen wollen wir eben mit dem Bosch-Klapp fördern, sich schnell Wissen anzueignen. Ich nenne es gerne Demokratisierung des Lernens, weil eben jeder selbst entscheiden kann, was, wann, von wann, wo, von wem und so weiter man lernt. Und ja, deswegen, wir haben noch Kosteneffizienz aufgeschrieben, kommt natürlich immer drauf an. Die Arbeitszeit, die eben jemand verwendet, geht eben für was anderes drauf. Klar, kann man natürlich schon auch als Kosten sehen. Auf der anderen Seite Trainingsangebote zu entwickeln und teuer einzukaufen, kostet extrem viel Geld. Und oft erreicht es gar nicht die Menschen da, wo sie eigentlich abgeholt werden sollen. Und wir wollen eben diese Verlagerung noch mehr stärken, hin zu selbstverantwortlichem Lernen, sich selbst auszusuchen, was man lernt, was für mich gerade relevant ist, was für mich jetzt relevant ist, was ich jetzt brauche, um mein Problem zu lösen, mein Produkt zu entwickeln und so weiter. Und nicht, was ich halt irgendwann mal vielleicht, was irgendwann mal vielleicht für mich relevant ist. Oder was ich unter Umständen vielleicht schon weiß. Ich war mal in einer Produktentwicklungspflichtschulung. Ich wusste einfach schon alles darüber. Und das war wirklich verschenkte Zeit. Und ich glaube, viele haben schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Genau. Ich glaube, die anderen Punkte, aufgrund der Zeit, wie gesagt, wir hüpfen mal doch zur nächsten Folie. Ja. Die Frage ist, wie kann es weitergehen? Und... Was war das? Da war ein Auto-Change drin. Da konnte ich nichts gegen tun. Okay. Ja, das ist auch ein Learning. Also, was kann noch passieren? Wo geht die Reise hin? Und zwar haben wir eine Vision. Und zwar, was wäre denn, wenn wir unabhängig von... Also, was wäre denn, wenn wir Unternehmensgrenzen sprengen würden? Was wäre denn, wenn wir eine gemeinsame Plattform haben für informelles Lernen? Wir hatten vorhin schon einmal Lags angesprochen. Da sind schon externe Referenten und Referentinnen, beziehungsweise Lags-Sessions ist auch schon teilweise offen. Da haben wir aber... Also, wir haben in dem Fall den Unterschied, dass wir eben selbst organisiert Sessions einstellen können, also alle Mitarbeitenden. Und es ist trotzdem immer sehr viel manueller Aufwand. Und es ist immer... Also, es sind dann doch Einzelpersonen, die dann mal da zufällig reingeraten über E-Mail-Registrierung und Co. Was wäre denn, wenn wir sowas wie den Bosch-Lab und Lex in Kombination und viele andere Unternehmen haben ja auch Peer-Learning-Plattformen, wenn wir das Beste von allem rausziehen würden und daraus eine Lernplattform machen würden? Und das ist letztendlich unsere Idee. Irgendwie weiß ich nicht, was da passiert, aber ich glaube, es kommt... Da ist ein Auto-Change drin. Ich kann nicht in der Folge bleiben. Ich glaube, es kommt drüber. Wir wollen quasi mal gemeinsam... Wir haben einen Workshop zusammen vor. Wir wollen eben gemeinsam mit verschiedenen Unternehmen und falls hier welche sich angesprochen fühlen, die eben auch Peer-Learning-Unternehmen haben, kontaktiert uns gerne im Nachgang. Wir haben Lust, mal zu spinnen und über ein gemeinsames Konzept mal nachzudenken, initial in einem Workshop mal ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten. Wie könnte denn eine gemeinsame Peer-Learning-Plattform aussehen? Welche Herausforderungen gibt es eben da, wenn wir über Datenschutz, Compliance und so weiter nachdenken? Ich glaube, da gibt es ganz... Security, da gibt es ganz, ganz viele Herausforderungen, aber es gibt auch unglaublich viele Chancen. Stellt euch mal vor, dass es egal ist, aus welchem Unternehmen man kommt, man ist ein Expertin für Mindfulness oder Expertin für Generative AI und man kann einfach sein Wissen teilen und darüber auch wieder Neues von anderen Unternehmen lernen. Also dieses Geben-und-Neben-Prinzip eben zu erweitern über Unternehmensgrenzen hinweg. Das ist die Idee und mal sehen, was dabei rauskommt. Wir haben jetzt bisher nur erste Gespräche innerhalb unseres Unternehmens geführt. Wir wissen selber nicht, ob Bosch das letztendlich möchte und entscheiden wird. Das ist natürlich auch eine strategische Entscheidung und da ist auch sehr viel, es sind auch sehr viele Risiken dabei. Das sind wir uns natürlich bewusst, aber vielleicht gemeinsam als LernexpertInnen könnten wir doch einfach mal überlegen, ob wir da so ein mini kleines erstes Konzeptpapier machen und mal schauen, was dabei rauskommt. Wir sind auf jeden Fall mutig und haben Lust und laden euch dazu herzlich ein. Und genau, wenn ihr ähnliche Beispiele kennt, wird auch gerade schon was geteilt, könnt ihr das gerne auch hier im Chat oder im Nachgang mit uns teilen. Mit Simon Dückert waren wir auch schon öfter in Kontakt, also für ihr Namenssing ist natürlich auch bekannt und wir werden das natürlich auch ganz offen teilen, was wir da erstellen. Und genau, wenn ihr, wird auch gerade schon Werbung gemacht für andere Formate, macht das auch gerne, immer spannend. Könnt ihr auch gerne teilen, wenn diese Woche noch irgendwas Cooles stattfindet, wie das KI Insights Barcamp oder ich habe noch was gesehen von Benjamin Jaksch und auch Cordula Hatula, die auch hier im Call ist, also gerne hier teilen. Und ansonsten würde ich sagen, nehmt euch kurz noch eine halbe Minute und überlegt mal, was ist euer Key Takeaway aus der Session heute? Was war überraschend für euch? Was nehmt ihr mit? Was wollt ihr weiter verfolgen? Und teilt es gerne, wenn ihr wollt, im Chat. Sharing is caring. Und das war's von uns. Dann connectet euch gerne mit Andre und mir über LinkedIn. Wenn ihr an...